Ich möchte nicht etwas sagen für diese Krise, aber ich muss sagen, trotzdem diese Krise, wir sind fröhliche Menschen, wir wollen immer weiter etwas, weiter andere Leute, wie unsere Vorfahren, etwas geben und nehmen auch. Meine Heimat, es ist einfach Griechenland zu fühlen, nicht nur zu sehen, es ist die Dufte, es ist alles, der Licht, die Musik, die Gedichte. Es ist alles, es ist mit Saftkäse und Ei, es schmeckt gut. Wenn die Griechen die Akropolis verkaufen sollen, dann können doch die Kölner Freunde auch den Dom verkaufen. Der Dom ist das Herz von Köln und der wird nicht verkaufen. Wir müssen wieder sehen, dass die Banken funktionieren und deswegen muss der Dom verkauft werden. Die Politik in Griechenland sind falsch. Was habt ihr jetzt gespielt für uns? Die alte Heimat in der Türkei, erklär uns das mal bitte. Meine Oma kam aus Kleiner Asien. Sie ist gekommen 1922, wo die getauschten Leute, die Türken, die in Griechenland waren, waren in der Türkei. Und die Griechen von Kleiner Asien sind in Griechenland gekommen. Und meine Oma, die waren sehr, sehr reich und haben die Schatz in die Tür gegrabelt. Haben die gedacht, die kommen wieder zurück. Wenn dein Körper das Rauchen der Blätter nicht wahrnimmt, wenn die frische der Heimat dein Inneres nicht berührt, wenn du ein Lächeln nicht mit deinen Lächeln erwindest, wenn du eine Fremde trännen nicht auf deine Wange spüren kannst. Lähe ist die Zelle. Dort. Und wenn du ein Lächeln nicht überraschst, Wenn ich etwas von meiner Kultur gebe, wenn ich etwas von anderer Kultur nehme, das ist Politik, nicht nur Geldpolitik. Jetzt kann man gut leben, ist eine Heimat auch. Ich bin auch zwischen dem Haus. Ich bin auch. Erzähl mal, was in dem Schatz alles drin war. Die Goldmütze.